Radio 1 Hörbar Prost Ich überlege gerade, wie viele von Ihnen wohl gesagt haben, habe ich auch lange nicht gehört, sehr geil, mach mal lauter. Vielleicht jede Zwanzigste. Hallo und herzlich willkommen. Radio 1, die Hörbar Rost sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr. Und wann immer Sie es möchten, als Podcast. Und zwar ein Jahr steht jede Sendung online. Und wenn Sie wirklich nett sein wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Es kostet Sie nichts. Aber wenn Sie wüssten, wie hart dieser Wind da draußen weht, dann würden Sie sagen, oh Mann, Mariam Czelik und Bettina Rost, Ihr seid tapfer und haltet die Fahne hoch. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Gast, der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus seinem Leben herauszusuchen. Und so auch heute. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rost. Heute mit Roland Mayer de Voltaire. Das Leben hat schon manchmal ein paar eigenartige Pointen parat. Also meistens läuft es ja so ab. Menschen wollen berühmt werden. Heute mehr denn je. Partys, Kohle auf den Bühnen dieser Welt stehen. Und das Talent, ja Mai, oft nicht der Rede wert. Nicht selten werden daraus dennoch große oder mittelgroße Erfolge und Karrieren. Ein perfektes Zusammenspiel aus Styling, PR und den richtigen Produzenten kann wundervoll bringen. Bei unserem heutigen Gast verhält es sich genau andersherum. Es ist nicht so, dass er Musik machen möchte. Er muss. Sein Talent, und das wird ihm von den unterschiedlichsten Seiten seit 20 Jahren bestätigt, ist ungewöhnlich groß. Er singt, spielt Gitarre, komponiert meisterhaft. Viele seiner Texte erscheinen im Englischen und im Deutschen wie Gedichte. Doch Roland Mayer de Voltaire hatte diesen einen Durchbruch einfach noch nicht. Diesen Superhead, diesen Knall. Aber als Getriebener kann der 42-Jährige ja auch nicht einfach aufhören, weil ihn seine ungespielten Ideen und Melodien möglicherweise innerlich strangulieren würden. Den Weg dieses großen und dennoch relativ unbekannten Musikers greift eine fünfteilige Dokumentation auf, die unter anderem bei Dreisat und auf Netflix läuft. Schön, ihn heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Roland. Hallo. Es ist, wie ich dir auch eben schon sagte, sehr eigenartig, jemanden neu kennenzulernen, bei dem man sofort erstmal denkt, wie konnte das passieren, dass ich dich und deine Arbeit nicht eher zur Kenntnis genommen habe. Und dann lernt man dich aber auch gleich, wenn man sich auf diese Doku-Serie einlässt, lernt man dann doch dich über Jahre kennen und doch auch recht persönlich. Vor einem Jahr ist sie ungefähr erschienen, ist sie herausgekommen, Mitte 2020. Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Das Abgefahrene ist ja, dass, ja, Salja und ich wirklich viele Jahre an diesem Film gearbeitet haben, beziehungsweise, nein, ich habe mein Ding gemacht, er hat an dem Film gearbeitet und war dabei. Und, ja, als der Film dann rauskam, dann ging das gerade irgendwie mit Corona so richtig los. Und dann haben wir irgendwie erstmal statt der großen Kinovorführung, haben wir dann irgendwie so eine kleine Aktion in Bonn erstmal gemacht, in so einer Autokino-Event. Und das haben dann ein paar Leute mitbekommen. Dann im September kamen sie dann auf Netflix raus. Und dann kam das auf Dreisatz später im Jahr, beziehungsweise jetzt ja auch vor kurzem nochmal, dann wirklich an einem Samstagabend. Und das waren alles so kleine Schrittchen nach und nach, bei denen ich irgendwie das Gefühl hatte, so jedes Mal passiert irgendwie so ein bisschen mehr. Und gleichzeitig ist es aber so, dadurch, dass so wahnsinnig viele Dinge im Moment halt einfach nicht stattfinden, wo ich das vielleicht eher mitkriegen würde, das ist das mit dem Film, was passiert, bleibt es so relativ abstrakt, weil es dann irgendwie sich in Form von Interviews ausdrückt oder halt eben im Extrem dann in sowas wie viele Nachrichten, die ich kriege, was zuletzt auch echt sehr schön war oder halt teilweise auch dann sogar Verkaufszahlen oder Klickzahlen oder so. Ja, und deswegen, es ist so ein bisschen unwirklich für mich immer noch. Also ich habe irgendwie immer noch so das große Fragezeichen im Kopf. So, das ist eigentlich, wenn dann wieder alles losgeht und keine Ahnung, wenn ich wieder Konzerte spielen kann und irgendwie sowas so, dann kann ich diese Frage, glaube ich, wirklich beantworten. Also man, oder ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass diese Serie, fünfteilige Serie wie Ein Fremder, wir sind ja jetzt alle verwöhnt mit Reality-TV und mit Doku-Series und so, also das hat mit Keeping Up with the Kardashians ungefähr so viel zu tun wie Grace Jones mit dem Dow Jones, also wirklich gar nichts. Wer sich auf diese Serie wie Ein Fremder einlässt, der sieht dir beim Leben zu, mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht so, wobei ich glaube einmal sogar Zähneputzen, aber es geht jetzt nicht darum, dass man in dein Privatleben eindringt, aber diese Doku zieht vielen, glaube ich, auch den Zahn, heutzutage als Musikerin oder Musiker mit Talent reüssieren zu können. Immer wieder kriegt man das im Zeitalter der Digitalisierung mit, da schreibt jemand in Washington oder Bad Godesberg in seinem Badezimmer einen Song und der wird dann auf YouTube so und so aufgeklickt und plötzlich ist er fast so berühmt wie Billie Eilish so. Aber das ist nicht die Realität. Wie würdest du einem Menschen, der jetzt vor dir steht, sagen wir mal 18 ist und sagt, du, ich möchte Musiker werden, was würdest du ihm sagen? Ja, also da müsste ich eigentlich überlegen, wo ich überhaupt anfange. Also ich glaube, es ist total wichtig, erst mal das zu machen, worauf man wirklich Bock hat, weil, das kann ich halt schon von mir sagen, so selbst in der Zeit, in der ich keinen Erfolg hatte, solange ich irgendwie eine Musik mache, hinter der ich irgendwie auch stehe, kann ich irgendwie sagen so, ich habe zwar nicht viel Geld damit verdient, aber ich habe Platten gemacht, die ich immer noch gerne Leuten zeige, auch wenn sie immer eine Momentaufnahme sind von einer Zeit, die auch schon eine Weile her ist. Ich denke halt irgendwie, wenn man so rangeht, dass man irgendwie so ganz konzeptionell irgendwie sagt, ich möchte Musik machen, um Erfolg zu haben und auch nur deswegen und dann im Extrem dann vielleicht irgendwie so, wie es manche Leute ja auch mit Erfolg machen, aber halt eben so hingeht und es ist halt so, was ist jetzt gerade erfolgreich und dann lehne ich mich da und dies und jenes oder so irgendwie an, also so ganz konzeptionell, handwerklich, dann denke ich irgendwie, dann steckt man viel Zeit rein und wenn es dann nicht klappt, bleibt überhaupt nicht viel übrig, weil dann hat man, ja, dann hat man irgendwie nichts. Und ich denke irgendwie das Wichtigste ist, erst mal, wenn man Musik machen will, dass man erst mal die Musik hat und dann halt irgendwie gucken, wie man sich dann weiter verbindet und wo man Wege findet und sucht und Leute, die einem helfen, die man auf jeden Fall braucht. Aber du hast ganz viele Leute, die dir helfen wollten, ganz viele Leute auch und die dir auch heute noch helfen, sicherlich. Es gibt in dieser Doku, wir kommen da später noch drauf, irre viele Musikjournalisten und Menschen aus der Szene, die dir unisono großes Talent bescheinigen und die sich alle immer nur sagen, keine Ahnung, sieht gut aus, der Typ, schreibt wie ein Gott, singt wie ein Gott. Was ist da los? Also es ist irgendwie, vielleicht bist du auch ein Hologramm. Vielleicht bist du ein großes Rätsel. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich würde nur gerne vielen Hörerinnen und Hörern, an denen deine erste Band vielleicht vorbeigegangen ist, Voltaire, einen Eindruck vermitteln. Deswegen würden wir jetzt mal einen Song spielen von früher. Diese Band Voltaire gibt es jetzt nicht mehr. Der Song, auf den wir uns geeinigt haben, heißt zu schön und ich würde mal sagen, wir ordnen das biografisch später ein, aber lassen jetzt erst mal die Musik wirken. Okay. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht arrogant, aber extrem selbstsicher. War das das Gefühl, das du hattest damals? Ja, der Song, der ist lustigerweise aus so einem Moment von so einer totalen Introspektive heraus entstanden. Also ich weiß, dass ich dieses erste Demo aufgenommen habe. Ich hatte mir so eine neue Orgel irgendwo gekauft und dann rumgespielt und dann irgendwie was aufgenommen und dann darüber gesungen und dann auch irgendwie so ganz hoch drüber gewispert. Und dachte irgendwie erst mal so, ja, irgendwie das nimmst du nachher dann nochmal richtig auf und so. Und dann habe ich das halt aber irgendwie ein paar Freunden gezeigt und die meinten halt so, boah, das ist irgendwie total krass, wie du das machst. Und ich dachte irgendwie, ja, echt? Ja, ich weiß, ja, okay, vielleicht. Dann habe ich nochmal darüber geschlafen und dann habe ich dann gesagt, okay, ich mache es irgendwie so. Also es war gar nicht so für mich aus so einem unmittelbaren Gefühl von Selbstbewusstsein heraus, sondern eher so von, ich bin irgendwie gerade mal, also vielleicht das Selbstbewusstsein, was man hat, wenn man gerade ganz für sich ist und sich einfach gar keine Gedanken darüber macht, wie das irgendwer finden könnte oder so. Letztendlich ist ja, wird glaube ich auch von mir eben gerade, merke ich auch, das Wort Selbstbewusstsein ja ganz in dem falschen Kontext eigentlich genutzt. Denn das Selbstbewusstsein ist ja eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, dass man sich in seiner, in sich selbst und in seiner Mitte oder wie auch immer man es nennen will, in sich selbst auf jeden Fall befindet. Auch wenn man vielleicht unruhig ist oder unzufrieden. Aber es ist ein Bewusstsein über dieses eigene Selbst. Selbstsicherheit ist dann vielleicht das, was ich hätte sagen können oder? Ja, also ich meine, für sich ist es ja eigentlich richtig. Aber tatsächlich versteht man diesen Begriff ja oft so, dass man, wie etwas, was man in Bezug zu anderen Menschen irgendwie hat. Also wie so eine Art, fast wie so eine Art Opposition oder so. Ich bin selbstbewusst gegenüber jemand anders, fühle mich stark oder so. Und das kann ja aber auch, kann man ja auch ganz für sich sein. Das ist wahrscheinlich sogar die, vielleicht sogar eigentlich die größte Selbstsicherheit und Selbstbewusstheit, die man haben kann. Ich kenne ein bisschen deine Eltern durch diese Dokumentation. Und deine Mutter, um das schon mal vorwegzunehmen, eine wunderbare Person, ganz herzlich. Sie hat drei Söhne zur Welt gebracht. Und alle sind Musiker. Das ist ja auch interessant. Also ich weiß nicht, ob deine beiden Brüder das auch professionell machen oder noch professionell. Aber ihr seid alle drei Musikverrückt. Das kann man so stehen lassen. Waren. In zwei Fällen ist auch auf jeden Fall noch so. Also ich habe ja meinen ältesten Bruder, der halt auch diese, der durch die Metalband macht und noch ein paar andere Projekte. Aber alles auch eher so aus Leidenschaft, also nicht beruflich. Der in der Mitte, der macht mittlerweile gar keine Musik mehr. Der ist Mathematiker. Aha, okay. Musik und Mathematik, sagen manche Menschen, wie auch die Philosophie irgendwas. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht. Gut, wir steigen ein. Dein Leben, darüber weiß ich sehr wenig. Also es begann 1978 in Bonn. Und du hast einen deutschen Vater und eine bolivianische Mutter. Ja. Wie sind die zwei? Wie haben die sich gefunden? Wo haben die sich kennengelernt? Mein Vater, der war, wann muss es gewesen sein, in den späten 60ern oder so, war ja in Bolivien als Entwicklungshelfer. Und das hört sich dann immer so schön wie so ein Groschenroman an. Und er war dann eines Abends beim Gouverneur der Stadt zum Essen eingeladen und hat sich in die Tochter verliebt. Auch noch eine, also das heißt, es ist auch dein echter Name. Also sowohl als auch, heißt du? Nein, also die Geschichte ist die, meine Mutter heißt tatsächlich de Voltaire und mein Vater Meier. Und mein ältester Bruder, der ist noch in Bolivien geboren worden. Der hat das Meier de Voltaire einfach in den Pass bekommen. Wir anderen, die wir in Deutschland geboren wurden, haben das nicht im Pass stehen, weil meine Mutter das damals nicht durchbekommen hat. Ich vermute mal irgendwie aus einer Mischung von ein bisschen was, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen was fremden, feindlichen und sexistischem oder so unterschwellig in den Regelungen oder so. Weil, ja, bei uns wurde nur das Meier akzeptiert. Aber meine Mutter hat so ein bisschen wahrscheinlich aus Protest. Bei jeder Schule oder überall, bei jeder Gelegenheit hat sie mich immer mit Meier de Voltaire angemessert. Ich wurde mein ganzes Leben von jedem Lehrer, wenn ich irgendwie Mist gebaut hatte oder sowas mit Roland Meier de Voltaire. Ja, wurde nicht immer so angesprochen. Deswegen steht es auch nicht in meinem Pass, aber ein Künstlername ist es auch nicht. Es macht auch Spaß, das zu sagen, Meier de Voltaire. Das ist auch das, der größtmögliche Gegensatz, den man haben kann an Namen. Einmal eine sehr einfache, normale und einmal eine sehr besondere Variante. Also von 0 bis 7 hast du in Bonn gelebt und dann ging es dann schon nach Moskau oder erst nach Peking? Nein, es war so. Es gab nochmal so eine ganz kurze Episode, halbes Jahr noch nach Dublin und dann ging es sieben Jahre nach Moskau relativ bald. Genau dann irgendwie in der Zeit, so von 7 bis 14 war ich dann durchgängig in Moskau. Warum Moskau? In Moskau wurde damals, es war auch wirklich, glaube ich, also mein Vater, muss man dazu sagen, der hat als Bauingenieur für die Regierung gearbeitet. Also so, keine Ahnung, in Bonn, Bundeskanzlerplatz und so Sachen. Und später dann halt ging es um die deutsche Botschaft in Moskau, die noch zu Zeiten geplant wurde, als irgendwie näher halt eben so diese ganze Auflösung von Ost-West und so noch in weiter Ferne war. Und da wurde die größte deutsche Auslandsbotschaft gebaut, irgendwie so ein Riesenghetto eigentlich mit ganz viel Wohnungen und Residenz und Schule und Kindergarten und allem. Also wo man so theoretisch, glaube ich, hätte dann so leben können und uns nie verlassen müssen oder so, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es hat halt acht Jahre gedauert, dieses Ding zu bauen und in der ganzen Zeit waren wir dann halt da. Und es war eine krasse Zeit, weil in der Zeit gab es, weiß nicht, Wiedervereinigung auch und alles und so habe ich alles irgendwie da mitbekommen. Als kleiner Junge hast du das schon, hast du das wahrgenommen? Ja, also schon, also natürlich nicht in aller Relevanz und so wie auch, aber das sah ganz konkret einfach so aus, dass es dann irgendwie hieß, wir ziehen jetzt in ein anderes Schulgebäude um, weil die ostdeutsche Community ist viel größer. Und dann sind wir in, sind wir in die ostdeutsche Schule umgezogen damals und das waren dann irgendwie direkt von 100 Leuten, waren wir dann auf 400 Leute und die Klassen wurden zusammengewürfelt. Ich bin dann in eine Klasse gekommen, die bestand irgendwie zu 90 Prozent aus Ostdeutschen und ich war dann mit zwei, war dann zu zweit oder so, waren wir dann die Wessis und ja und also es war cool irgendwie, es war total, es war total schön irgendwie, aber es war, aber man merkte irgendwie schon einfach, dass es Mentalitätsunterschiede gab und dass man, aber irgendwie war das auch, ist man sich da auch sehr vorsichtig begegnet so und das fand ich, also zumindest in meiner Erinnerung war das auch eine sehr, eine sehr harmonische Zeit irgendwie. Okay, was warst du denn, wie würdest du dich selbst beschreiben als Kind in dieser Zeit? Also ich glaube, ich war immer ein bisschen zurückhaltender und viel auch, viel auch so in meinen Gedankenwelten unterwegs, also ich habe glaube ich schon immer eine ziemlich blühende Fantasie gehabt, das hat meine Mutter ja glaube ich nach Doku ganz schön beschrieben, dass ich mir dann irgendwelche, du weißt nicht, irgendwas aufgeschnappt und dann konnte ich da irgendwie tagelang in irgendwelchen Gedanken schwelgen. Hast du damals schon, war Musik für dich damals schon wichtig? Ich habe immer viel Musik mitbekommen, weil schon noch als wir in Deutschland waren, bin ich in so musikalische Früherziehung gekommen und als wir nach Moskau gezogen sind, habe ich direkt Klavierunterricht bekommen, aber dass das für mich so wirklich was wurde, wo ich mich persönlich ausdrücke und wo ich auch viel, also so einen starken Zug irgendwie auch so zu empfinden, dass ich das wirklich machen will. Also das ging eigentlich so mit, das ging so mit 12, 13 los, als ich dann, das erste Instrument, was ich auch so selbstbestimmt angefangen habe, dann angefangen habe zu spielen und Unterricht genommen habe, das war halt dann Gitarre. Und dann aber auch gleich exzessiv mit bandagierten Armen, aber dazu kommen wir gleich, jetzt erstmal die nächste Musik. Zu meiner großen Freude hast du George Michael mitgebracht, der sehr lange, wie ich finde, unterschätzt wurde, als vielleicht durch seinen Anfang mit Wham, durch diese Föhnwelle, durch die, ich weiß nicht, Moonwash-Jeans-Jacken, durch dieses Ganze, wobei auch da gute Songs entstanden sind. Jesus to a child hast du mitgebracht, das ist gar nicht so einfach, sich zwischen seinen doch sehr guten Songs und Alben zu entscheiden. Wofür steht dieses Lied? Also ich habe lange Zeit auch ein bisschen durch meine Brüder geprägt und so, war so mein Einstieg vom Musikhören, ich sagte eben auch so Gitarre spielen und so, es kam erstmal über Metal. Und ich glaube, das erste, was mich dann so richtig gekriegt hat, so an Popmusik, als ich dann schon ein bisschen älter war und selber Musik gepickt habe, war dann irgendwie, glaube ich, diese Platte von George Michael, weil die eine tiefe und Melancholie hatte, die mich irgendwie sofort gekriegt hat, allem voran dieses Lied. Und das ist irgendwie bis heute auch für mich geblieben, also neben allem, was zweifelsohne von George Michael immer bleiben wird, was ich auch anders mag, aber das ist irgendwie was, was mich sehr, weiß nicht, was mich einfach sehr tief berührt hat. Und das ist irgendwie, glaube ich, das ist irgendwie, glaube ich. Und das ist irgendwie, glaube ich. George Michael, Jesus, Tourchild, Roland Mayer de Voltaire ist heute hier zu Gast, Singer, Komponist, Musikproduzent, was habe ich vergessen, einfach Musiker, sehr guter Musiker und Protagonist einer fünfteiligen Dokumentation, die auf Dreiseiten noch läuft und auch bei Netflix. Ja, ein Fremder, wir kommen da gleich drauf. Erstmal rollen wir jetzt dein Leben auf. Wie lebt es sich denn in Moskau? Also ich meine, aus dieser Gated Community in Bonn, dann nach Moskau zu kommen, Mitte der 80er ungefähr, das ist, ihr habt da wahrscheinlich sehr privilegiert gelebt, kann ich mir vorstellen? Ja, klar. Ja, und irgendwie haben wir schon so gemerkt oder habe ich schon irgendwie gemerkt, so zu jeder Jahreszeit, also ich muss ein bisschen zurückgehen. Also erstmal, es gibt halt Läden für Brot, es gibt Läden für Milch und es gibt nicht sowas wie Supermärkte eigentlich für die normale Bevölkerung. Und jedes Mal, wenn eine Schlange an einem Laden war, egal zu welcher Jahreszeit, wusste man, okay, es gibt gerade irgendwas, was die Leute haben wollen und manchmal gab es nichts und manchmal gab es was, was keiner haben wollte, dann gab es keine Schlange, aber man wollte auch nicht hin. Und wir konnten dann in Spezialläden gehen, in denen man, das waren dann Supermärkte, kleine Supermärkte, also die jetzt für unsere Gewohnheit hier sehr ärmlich bestückt waren, aber für da halt krass, bei denen man eine Mischung aus Westprodukten und manchen Produkten von da halt kaufen konnte, die es gerade woanders nicht gab. Aber man konnte da halt nur mit Dollar oder mit D-Mark bezahlen oder so und das war den Leuten da halt nicht vorbehalten, das war mir schon irgendwie ziemlich früh klar, also wenn dann irgendwie, ich erinnere mich an eine Szene, ich hatte Klavierunterricht bei einer Russin, die kam irgendwann völlig aufgelöst irgendwie zu uns, weil sie ihr Portemonnaie verloren hatte und ich habe dann irgendwie, wollte irgendwie helfen und wollte, weiß nicht, irgendwie Rubel geben und irgendwie sowas. Und sie hat dann gesagt, ja, die Rubel, die sind egal, es geht um meine Devisen, die ich irgendwie hatte. Ich habe mal, ich überlege, ich komme bestimmt gleich drauf, wer es war. Was, Igor Levit? Ich weiß es gar nicht. Oder Nez Fram sogar. Wir haben mit einem Musiker hier auch eine Hörbar gehabt und ich glaube, das war auch ein russischer Klavierlehrer, der legte Gewichte auf die Finger. Hast du das auch gekannt? Nein, das zum Glück nicht. Harte Schule. Ich hatte schon, ich hatte schon irgendwie den Klassiker, irgendwie die Lehrerin saß neben mir und sang jeden Ton laut mit und wenn das, was ich spielte, nicht zu dem, was passte, was sie sang, dann gab es Patsch einmal auf die Finger. Das schon, aber Gewichte nicht. Aha, hat sie mit der Hand geschlagen? Ja. Hat das wehgetan oder war es einfach nur so eine Mittel? Mittel, das hat manchmal auch ein bisschen wehgetan. Also jetzt nicht richtig schlimm, aber ja. Aber es hat dir offenbar nicht die Freude daran vermisst. Am Klavier spielen ehrlich gesagt schon, aber nicht, aber nicht an der Musik, an dich und nicht am Gitarre spielen. Ich glaube, mit 13 oder 12 hast du das angefangen, Gitarre zu spielen oder schon? Genau, ja, so mit 12. Und deine Brüder haben da schon Musik gemacht und du hast drüber gelinst und manchmal was gehört oder wie war das? Meine Brüder sind ja, weil die deutsche Schule dann nur bis zur 10. Klasse ging und die, was älter waren, sind die schon was früher nach Deutschland zurück. Und ich war die letzten Jahre mit meinen Eltern allein. Meine Brüder haben dann in Deutschland angefangen, E-Gitarre zu spielen, haben dann irgendwie eine Metal-Band gegründet und kamen dann irgendwann mit diesen ganzen Tapes rüber. Und das war diese Zeit, in der das damals auch gerade losging, dass es irgendwie diese Monster-of-Rock-Großen-Rock-Festival ist. Kannst du mir das erklären? Kannst du, ich weiß, dass ich jetzt, also 80 Prozent der Hörerinnen und Hörer werden jetzt den Kopf schütteln und sagen, es ist unsympathisch, Bettina. Frag solche Sachen nicht, aber ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht nachvollziehen, dass es so irre gut sein soll und so viele Fans gibt, die dieses Growl, wie heißt das, wie heißt das? Growl, wo Menschen einfach, wo Männer bevorzugt schreien und dazu gibt es harte, harte Riffs. Was ist der, zeig mir den Eingang in dieses Labyrinth. Ich glaube, das ist einfach ein gewisses, das ist ein Ausdruck von einem gewissen Gefühl. Also ich habe ja lustigerweise auch immer den Eindruck gehabt, die nettesten und entspanntesten Leute auf dieser Welt sind Metal-Fans, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Gut, was ist das dann für ein Gefühl? Ich glaube, das ist irgendwie Dampf ablassen, Energie rauslassen und einfach dieses, also jetzt muss ich dazu sagen, ich bin da mittlerweile auch schon relativ weit weg von, weil mir das irgendwann musikalisch ein bisschen zu eindimensional war für mich. Aber als Teenager war ich von dieser Energie einfach total beeindruckt, so dieses, also klar, es hat auch so ein bisschen was Teutonisches und was Maskulines und so. Und das aber gepaart mit, für mich dann eher interessant, weniger jetzt so diese richtig harten Bands, aber sowas wie Iron Maiden oder Dream Theater oder so mit ganz großen Melodien und einer ganz hohen technischen Fertigkeit am Instrument und einer Virtuosität und so. Das hat mich wahnsinnig fasziniert in der Mischung. Da kann ich es schon wieder verstehen, so Iron Maiden und so. Ich habe auch, ich sage es natürlich mit einem kleinen, aber eigentlich bin ich nur sauer, dass ich den Zugang nicht finde, weil ich ansonsten, ich liebe Musik und ich möchte sie vorbehaltlos lieben. Okay, gut, ich gönne mir zwei, drei Sachen, die ich immer scheiße finde, aber da habe ich es einfach nicht verstanden. Ich möchte es erst verstehen, bevor ich es irgendwie bewerte und ich komme da nicht rein, intellektuell, gefühlsmäßig komme ich da nicht rein. Ich habe mir das angeguckt und irgendwie, es ist so wie mit bestimmten, also sexualer, also manche Sachen kann man einfach sehr, sehr schwer nachvollziehen und dann braucht man so einen Übersetzer. Du hast mir immerhin ein bisschen geholfen. Okay, gerne. Wir spielen schon die nächste Musik von dir und ziehen dann anschließend auch wieder zurück von Moskau nach Deutschland, um zu sehen, wie es losging mit dir als virtuosem Musiker. Archive hast du mitgebracht. Again, oh Gott, ja. Was gibt es dazu zu sagen? Also eines meiner Konzert-Highlights in meinem Leben war, glaube ich, mal ein Archive-Konzert und diese endlos langen Songs. Dieses Stück ist ja im Original geschlagene 15 Minuten lang und dieses Hypnotische, was es irgendwie hat in diesem langen Aufbau und dann diese sehr berührenden Stimmen dazu. Und ich weiß, dass es für mich irgendwann eine ganz große Ehre war, hier in Berlin vor drei, vier Jahren auf den Sänger dieses Liedes zu treffen und mit ihm auch zu arbeiten an Stücken von mir, von Craig Walker. Er hat irgendwie bei zwei Stücken sogar auch beim Titeltrack meines Albums mitgearbeitet und ist ein unglaublich liebenswürdiger Mensch, auch obendrein. Aber das war für mich irgendwie ein kleiner Ritterschlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 If I was to walk away From you, my love Could I laugh again Again, 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 again You're killing me again Roland Mayer de Voltaire, Sänger, Filmmusik, Komponist, Songwriter, Musikproduzent, ist heute hier zu Gast. Das war ein Archive. Again. Wenn Sie jetzt sagen, sag mal, Musiker, letztes Mal mit Waldeck waren Musiker, dann sage ich, ja, und Annette Humpe war auch gerade da und Mine waren auch, das ist wirklich verrückt. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie dieses Geschäft läuft. Manchmal gibt es eine Schauspielerinnen- und Schauspielerschwemme, dann gibt es eine Autorinnen- und Autorenschwemme, dann gibt es eine Musikerinnen- und Musikerschwemme und natürlich sehen wir zu, dass wir Ihnen immer nur die interessantesten Menschen präsentieren. Wir können es nicht immer beeinflussen. Bitte verzeihen Sie es uns nächstes Mal noch. Einmal noch, dann kommt Jan Delay als Musiker nächste Woche und dann werden wir wieder zu einer Politikerin und Autorin gehen. Also wir bleiben, wir versuchen das zu mischen, so gut es geht. Ja, und sonst haben Sie immer noch die Möglichkeit, sich 50 Podcasts anzuhören, die letzten 50 Sendungen und die können Sie in einer beliebigen Reihenfolge anhören. Dann stellen Sie sich das vor und dann können Sie sich Ihre eigene Mischung machen. Zurück zu Roland Mayer de Voltaire. Ende 13, Anfang 14 ging es zurück nach Deutschland. Wahrscheinlich, weil dein Vater dann hier gearbeitet hat oder der dort vorbei war. Ich habe keine Ahnung. Genau, der Bau war da zu Ende und dann ging es halt nach Bonn zurück. Nun ist das ja möglicherweise, wenn man mit sieben verpflanzt wird und die Brüder ja erst noch am Anfang dabei waren, vielleicht nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Aber mit 13, 14 ist das natürlich ein anderer Schnack, kann ich mir vorstellen. Du hast da sicherlich Freundschaften gehabt in Moskau. Hattest da deine Struktur? Ja, also es war, also beide Wechsel waren, glaube ich, nicht so super einfach, aber der letztere, der ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, weil der wahrscheinlich auch gerade in so eine Zeit irgendwie so einen Riss reingebracht hat, wo, weiß ich nicht, vielleicht, wo das auch ein bisschen wichtiger ist, dass man so seine Peer Group hat und seine Leute, mit denen man irgendwie ist und sich da auch irgendwie orientiert. Und in Moskau war das alles relativ beschaulich, weil diese deutsche Community auch recht klein war. Und als ich dann nach Deutschland kam, war das für mich gefühlt erst mal ziemlich hart und kalt. Also ja, obwohl das ja mein Geburtsort war und wäre auch in den Ferien immer wieder da war. Aber trotzdem habe ich eine ganze Zeit gebraucht, um mich irgendwie zurechtzufinden. In welchem Alter hattest du klassischen Gesangsunterricht? Das kam dann so ein bisschen später. Das war dann mit, ja, so 15, 16 ging es los. Okay, du hast jetzt vorhin erzählt, dass es mit der Gitarre losging, mit zwölf ungefähr. Und in der Dokumentation über dich oder die letzten sechs Jahre deines Lebens sagst du einmal oder vielleicht auch deine Eltern, ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen in Erinnerung, dass du, als du angefangen hast mit E-Gitarre, so begeistert warst und so da drin warst, dass du teilweise ein, zwei Stunden vor der Schule schon aufgestanden bist, um zu üben. Und dass du es manchmal so übertrieben hast, dass du mit bandagierten Armen durch die Schule gelaufen bist. Ja, ja, ich habe es irgendwann ein bisschen zu wild getrieben. Also, als ich angefangen habe, war ich wahnsinnig angefixt und habe, ja, war wirklich so, ich bin dann manchmal um sechs aufgestanden, um nochmal eine Stunde irgendwie zu spielen. Und dann, ich weiß nicht, dann bin ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich das Glück gehabt über, dadurch, dass ich ganz gut Gitarre spielen konnte, habe ich dann relativ schnell Bands gefunden. Und dadurch habe ich dann sozialen Anschluss überhaupt gefunden. Wobei, die Zeit davor, das finde ich schon auch noch erwähnenswert, weil ja Eltern auch oft für ein Argument suchen, warum ihr Kind möglicherweise ein Instrument spielen sollte oder so. Oder wenn man sieht, dass ein Kind, keine Ahnung, keinen Anschluss findet oder nicht so aus sich rauskommt. Bei dir war es so, dass du dich extrem unwohl gefühlt hast und klein gefühlt hast und die Musik dir geholfen hat. Erzähl du es mal, wie das war für dich. Naja, ich war wahnsinnig unsicher und introvertiert und ja, also irgendwie verstört eigentlich. Also mir haben auch Leute später gesagt, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte, wenn ich irgendwie in einer Fünf-Minuten-Pause irgendwo sitzen geblieben bin, weil wir danach noch die nächste Stunde der gleichen Klasse hatten, dann bin ich so zusammengezuckt, wenn mich jemand aus Versehen berührt hat und war einfach so still und so klein wie möglich irgendwie. Und wolltest nicht gesehen werden, wolltest dich nicht merken, bist in der Schule schlechter geworden. Ja, ich wollte einfach irgendwie nicht auffallen. Und dann habe ich irgendwann diese Leute kennengelernt, mich dann in den Band reingeholt haben. Darüber habe ich dann ziemlich schnell, habe ich irgendwie meine Rolle dann da gefunden. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben und mir auch sehr viel Spaß gemacht und viel Bestätigung auch. Es gibt so eine Situation, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch oder überinterpretiere. Natürlich hat das ein bisschen was Pathetisches, aber auch was sehr, sehr Schönes, dass du zweimal, in dieser Dokumentation kommt das raus, zweimal so ein Erlebnis hattest, dass dich Menschen gebeten haben, jetzt mal zu singen. Oder beziehungsweise beim ersten Mal hast du es, glaube ich, eher so aus dir heraus gemacht, auch in dieser Zeit. Und plötzlich waren alle ganz still. Und ganz, natürlich ist das doof, das so über sich zu erzählen. Hey, die fanden das alle ganz gut und so. Aber letztendlich war es ja so. Plötzlich hattest du, plötzlich bist du gesehen worden mit dem, was du konntest und was du hattest. Das Komische war irgendwie bei aller Introvertiertheit, die ich hatte, in dem Moment, wo ich ins Singen umgeschaltet habe, war irgendwie klar, ganz oder gar nicht. Also selbst als ich wirklich noch keinen Gesangsunterricht genommen habe und irgendwie mir ganz viel gefehlt hat, woraus ich theoretisch hätte auch da Sicherheit ziehen können, war das einfach so, dass ich total losgeschmettert habe. Und das hat sich aber irgendwie schon ganz gut angehört. Also es hatte nicht diese Sicherheit und diese Flexibilität, die ich heute in der Stimme habe. Klar, weil ich einfach noch gar keinen Unterricht hatte und so. Aber die Seele war irgendwie da und irgendwie gab es dann auch keine Frage mehr so, okay, irgendwie das mit dem Singen, das muss der irgendwie machen. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, vielleicht muss ich das irgendwie machen. Ja, plötzlich warst du in der Band und plötzlich fanden dich alle gut. Du hast Enno Bunga mitgebracht. Auch der taucht auf in der Doku. Am Ende des Tunnels heißt der Song. Enno und ich, wir haben uns kennengelernt, als ich mit der zweiten Voltaire-Platte in Berlin gespielt habe. Da hat er im Vorprogramm von uns gespielt, im Magnet. Und er hat dann seine erste Platte aufgenommen und irgendwie gab es Probleme mit den Gesangsaufnahmen. Und dann meinte sein Produzent, hey, kennst du irgendjemanden, der dir vielleicht helfen könnte? Und dann rief er mich an und ich bin nach Bochum und später dann zu ihm nach Lea gefahren. Und wir haben den Gesang von seiner ersten Platte aufgenommen und ich habe ihn halt ein bisschen gecoacht. Und wir haben uns darüber sehr angefreundet. Und bei Enno habe ich immer krass bewundert, wie konsequent er sein Ding durchgezogen hat und wie er immer weiter auch gewachsen ist. Und es gab auch viel Widerstände bei ihm. Und es hat auch nicht alles sofort geklappt, aber er hat halt irgendwie echt ein ganz, ganz hartes Durchhaltungsvermögen und einen starken Willen. Und als ich diesen Song, das war bei irgendeinem Live-Konzert, das erste Mal gehört habe, da habe ich bei ihm auf einmal so eine ganz neue Haltung rausgehört, so etwas Freches, Wildes, Selbstbewusstes, wo ich irgendwie dachte, oh, hoppla, wo kommt denn das jetzt her? Und ich war total, okay. Jetzt hat er es. Okay, cool. Ich gehe mit. Zwei Format Radio und App begrüßen die Leute zur lustigsten Morningshow. Es folgt nun ein Lied vom Besten von heute, verkünden sie lachend und froh. Ein Vogel singt 2000 Mal in der Stunde, dass er die Welt ritten will. Wovon wir träumen, an Tagen wie diesen, das Beste wäre, er bleibt still. Die Idole der Jugend, sie werben für ein Fastfood-Produkt. Ich glaub, das Licht am Ende des Tunnels ist kaputt. Radio 1 Hörbar Prost Ich habe ja sehr lange bei Jack Johnson im Background gearbeitet. Das Mikro behalten hier offen. Cocoon heißt der Song, Roland Mayer de Voltaire heißt mein heutiger Gast. Er ist Sänger, Filmmusikkomponist, der Songwriter, Musikproduzent und Protagonist der fünfteiligen Doku-Serie Wie ein Fremder, eine deutsche Popmusikgeschichte, die noch bis zum 16. Mai in der Dreisat-Mediathek abrufbar ist. Und wenn sie zu spät sind und diese Sendung vielleicht als Podcast hören, gibt es auch auf Netflix. Wie ein Fremder. Du wirst mir immer vertrauter und auch unseren Hörerinnen und Hörern, weil du gut erzählst. Rein chronologisch sind wir jetzt an diesem Punkt, an dem du das Gitarre spielen, das Singen für dich entdeckt hast, so ein Knoten geplatzt ist, du in einer Band bist und auch, glaube ich, schon erste Songs schreibst. Und weiß ich nicht, hast du dir aktiv eine Band gesucht? Wie kam es zu Voltaire? Also die erste Band, die ich hatte, war ja noch in der Schulzeit. Das war eine Band, in der ich nur Gitarre gespielt habe. In die bin ich reingerutscht, habe sehr viel gelernt und Voltaire kam dann relativ danach, nachdem ich Abi gemacht habe und irgendwie klar war, ich will, muss, weiß nicht, singen. Ich glaube, du musst. Also tatsächlich ist das, vielleicht können wir an dieser Stelle mal kurz über dieses Getriebensein auch sprechen. Ich weiß nicht, hast du manchmal auch eine Hassliebe der Musik gegenüber, weil sie lässt dir ja offenbar wirklich keine Chance und sie quält dich oft. Naja, also ja, manchmal ist es sicher eine Hassliebe. Also so grundsätzlich bin ich die meiste Zeit schon sehr dankbar für alles, was mir die Musik gegeben hat. Aber wenn ich natürlich, also es ist ja so wie immer, wenn man in einer Situation steckt, in der man gerade nicht stecken möchte, dann ist alles, was vorher gewesen ist, das, was einen dahin geführt hat und was sozusagen jeder Entscheidung war, ein Sargnagel. Wenn alles toll ist, dann weiß man genau, warum alles genau so war und man kann die Punkte miteinander verbinden und der Weg zum Erfolg ist ganz selbstverständlich und erklärbar. Ja, ich übertreibe es ein bisschen, aber manchmal fühlt es sich irgendwie so ein bisschen so an. Und mit den Jahren habe ich irgendwie auch gelernt, ein bisschen entspannter damit zu werden, dass wenn halt mal Dinge nicht laufen, dann halt auch zu sagen, okay, irgendwie wird es schon und einfach weitergehen. Das wollte ich gerade sagen, auch das ist eine Lektion, die man aus der Serie mitnimmt. Also man kann, glaube ich, sehr viel lernen. Unter anderem bekommt man, glaube ich, ein ziemlich realistisches Bild darüber, wie es so ist, wie realistisch es ist, sich auch in Deutschland zumindest nahm zu machen, Geld zu verdienen als Musikerin oder als Musiker, welche Hindernisse es gibt. Und das Talent allein und viel Talent in vielen Bereichen ganz oft nicht reicht. Nicht mal das Wohlwollen von Musikredakteuren, nicht mal das Wohlwollen von Management, keine Ahnung. Und das lernt man, man lernt aber auch von dir. Und danke dafür erstmal eine gewisse, du strahlst eine gewisse Genügsamkeit aus, die, finde ich, jedenfalls mich als Zuschauerin zwischendurch immer mal wieder so geerdet und erinnert hat. Also die Doku geht ja auch so los, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einen Cut in meinem Leben, ich gebe meine Wohnung auf. Und wir reden jetzt hier nicht von so einer 130 Quadratmeter Altbaubutze, sondern du hattest eine kleine Wohnung, du hattest wenig Möbel. Aber selbst das hat dich offenbar festgehalten und du hast gesagt, ich gehe jetzt völlig ins Ungewisse. Ich gehe nach Berlin. Ich muss es probieren. Ja, das war in dem Moment irgendwie der richtige Schritt. Ich bin im Nachhinein auch echt sehr froh, das gemacht zu haben, weil es ist so viel dadurch in Gang gekommen und ich habe so viele schöne Dinge erlebt und es haben sich für mich so viele Türen geöffnet über diese Entscheidung, die ja so ein bisschen aus einer Verzweiflung raus eigentlich erstmal gefällt wurde, weil die Ausgangslage war ja, ich war total pleite, hatte irgendwie kein Geld mehr, musste aus meiner Wohnung raus und dachte halt so, okay, wenn ich halt jetzt, wenn ich jetzt eh mir nirgendwo erstmal eine Wohnung leisten kann, dann muss ich auch nicht mehr in Köln unbedingt suchen, sondern dann kann ich auch die paar Musikkontakte, die ich irgendwie in Berlin habe, versuchen zu nutzen und irgendwie mal zu sehen, ob ich da irgendwie irgendwo unterkomme und habe dann auch zum Glück auch ein bisschen Hilfe gehabt von Freunden und so. Auch das war eine tolle Erfahrung für mich irgendwie zu merken, so wenn ich in einer Situation bin, in der ich irgendwie Hilfe brauche, sind irgendwie Menschen da, die mir auch helfen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber du hast auch, also was du offenbar nicht transportierst oder nicht hast, ist Selbstmitleid. Du sprichst von Türen, die sich geöffnet haben. Ich würde jetzt mal so sagen, rein statistisch haben sich mindestens genauso viele Türen, aber auch vor deiner Stirn ganz schön schnell geschlossen. Und du bist nicht zynisch geworden, du hast nichts Verbittertes an dir. Also ich sitze dir jetzt hier gegenüber, du erzählst darüber, man merkt, dass diese Liebe, die du für die Musik hast und diese Bedingungslosigkeit nach wie vor in dir ist. Das ist wie so ein Skelett, das stellt man nicht in Frage, das ist offenbar in dir. Hast du dich mal gefragt, wie das kommt, dass du nicht, dass du daran nicht verzweifelt bist, daran, dass du schon so lange kämpfst, dass du das immer wieder auch positiv siehst? Naja, es gab halt Phasen, in denen ich das auch ein bisschen anders gesehen habe. Aber das war, das ist zum Glück schon echt länger her und dadurch, dass ich mittlerweile irgendwie weiß, dass ich da auch wieder rauskomme, kann ich dann auch, wenn mal ein Krisenmoment irgendwie kommt oder eine Phase oder eine Durststrecke oder so, damit dann auch entsprechend anders umgehen. Das ist vielleicht auch irgendwie eine, ja, eine der Vorurteile des Alters, dass halt einfach so Zeitdurststrecken empfinden und so, das wird irgendwie nicht mehr so, oh, ich komme hier nie wieder raus, sondern irgendwie, ja, ist jetzt gerade nicht toll, aber mal weitergehen und irgendwie, irgendwie wird es schon. Und ich glaube, eine Sache, die mir, glaube ich, auch sehr hilft, ist, dass ich, ich glaube, ich mag Menschen irgendwie sehr gerne. Also ich komme gerne in Kontakt mit Menschen, ich umgebe mich gerne mit Menschen, mit denen ich mich wohlfühle und sorge auch gern dafür, wenn ich Menschen mag, dass sie sich wohlfühlen und meide gerne Menschen, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, da, dass es da irgendwie nicht so klappt. Hast du da ein ganz sicheres Gespür? Ach, nicht immer, aber ich glaube, ein Grundgespür irgendwie schon. Es gibt halt einfach, glaube ich, Menschen, denen begegnet man gelegentlich mal, die sind in diesem Spiel halt sehr, sehr karriereorientiert unterwegs. Ich respektiere das auch, aber das ist nicht so ganz mein Spiel. Also ich muss nicht um jeden Preis irgendwie alles absahnen, was halt irgendwie geht, um später irgendwie keine Freunde zu haben, aber dafür irgendwie sagen zu können, ich habe jetzt irgendwie dann die paar tausend Euro mehr im Monat auf dem Konto oder irgendwie sowas. Das steht für mich irgendwie nicht so im Verhältnis. Gut, wobei Erfolg jetzt nicht, glaube ich, nicht zwangsläufig bedeutet, dass du allein sein musst und ein Arsch sein musst. Nein, 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 natürlich nicht. Nein, du hast es nicht so formuliert, aber man könnte es jetzt schlussfolgern. Du warst mal sehr nah dran an dieser Bilderbuchkarriere, die junge Bands machen können. Darüber können wir ja gleich mal kurz sprechen. Erst mal die nächste Musik. Ist das ein französischer Künstler, glaube ich, oder? Aus Belgien ist der, singt auch französisch, ja. Ja, es ist Stromae, das ist irgendwie Maestro, und der hatte einige sehr, sehr große Hits, wegen derer er, glaube ich, auch vielleicht ähnlich wie George Michael ein bisschen unterschätzt wird. Der hatte so Hits wie Alain en Danse oder Papa Houtet. Das sind so oberflächlich betrachtet so House-Pop-Tracks, die auch so bei Contour-Rekords rausgekommen sind. Und wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit beschäftigt, sieht man irgendwie, dass die Texte eine ganz krasse, intensive Poesie haben. Da gibt es politisch-gesellschaftskritische Themen, die er da in einer Haltung verarbeitet, die viele an Jacques Brel eigentlich erinnert. Und er ist auch wirklich dann jemand gewesen, der alles selber gemacht hat, bis hin zu der visuellen Umsetzung, Videogestaltung. Er hat aus sich so eine Art Kunstfigur gemacht, die er in jedem Video auch anders inszeniert hat, passend zum Thema, worum es geht. Und ich habe einfach nie vorher, später, jemals wieder einen Künstler gesehen, der irgendwie so als Gesamtkunstwerk irgendwie sowas Krasses hingestellt hat. Und er hat damit ja auch ganz schnell eine sehr große Weltkarriere gemacht. Also irgendwie mit französischer Musik den Madison Square Garden ausverkaufen und in einer ähnlichen Größenordnung eine US-Tour zu spielen, das hat ja niemand mehr hinbekommen in Jahrzehnten oder so. Und unabhängig davon finde ich es halt wahnsinnig und sollte man sich unbedingt mal mit beschäftigen. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Roland Mayer de Voltaire ist heute hier zu Gast. Und Voltaire hieß auch die Band, die von 2003 bis 2011 existierte. Zwei EPs, zwei Alben. Ihr habt euch gefunden. Fünf Jungs, glaube ich. Fünf Männer. Und man sieht auf den Fotos, auf diesen ersten Fotos, das ist alles genau so, wie man das, ich will jetzt nicht sagen erwartet, aber doch erwartet. Das meine ich jetzt nicht ohne Helme, sondern du siehst wild und hungrig aus. Man weiß nicht, man durchschaut dich nicht. Bist du Melancholiker oder springst du durch Schaufensterscheiben? Was ist da für eine Kraft und so? Beides. Und dann hört man beides genau. Gut, sehr gut. So, und ihr habt relativ schnell auch, glaube ich, diesen ersten Deal bekommen. Wie war das? Ja, das war komplett irre, weil, also ich hatte nach Musikern gesucht, mit denen ich zusammen diese Band machen konnte. Und ich war sehr inspiriert von Radiohead, von The Bands und OK Computer und habe lange nach Musikern gesucht, mit denen ich irgendwie was davon inspiriert, aber eigenes irgendwie machen konnte. Und als ich die Band dann zusammen hatte, sind wir das erste Mal ins Studio gegangen bei meinem Kumpel, haben dann Demo-Aufnahmen gemacht und die sind dann, einer hat für so ein Musikermagazin gearbeitet, Gitarre und Bass, von dem man irgendwie denkt so, wer liest das oder so? Es lesen sehr viele Menschen. Und unter anderem hat es auch einer gelesen, der bei Universal damals gearbeitet hat und der irgendwie so eine kleine, keine Ahnung, so einen kleinen Blog mit einer E-Mail-Adresse drunter, irgendwie Vorstellungen mit einem Bandfoto gelesen hat und meinte, schick mir doch mal was. Und dann habe ich dem was geschickt und das ging dann über so ein Jahr hin und her mit irgendwie Demos und so schicken. Und dann irgendwann rief er an und meinte, ja, ich habe es jetzt hier im Haus gezeigt und wir wollen das irgendwie gerne machen. Und wir haben nie eine Plattenfirma aktiv angeschrieben oder so. Das war echt irre. Haben dir vorher eigentlich schon Leute gesagt, hier, da muss man zu irgendwelchen Talentshows gehen? Die gab es ja damals noch nicht so richtig. Also so, klar gab es irgendwie sowas wie DSDS. Da haben manche Leute ja schon mal so ein bisschen gewitzelt. Aber das war irgendwie auch klar, dass ich da jetzt nicht so stattfinde. Obwohl, wann hat DSDS so richtig angefangen? Ich kann es ja nicht sagen. Es gab ja, es gab auch Popstars davor schon. Aber tatsächlich wärst du wahrscheinlich so ein Kandidat gewesen für eine der ersten Staffeln von The Voice of Germany. Könnte ich mir vorstellen. Da habe ich das, damals habe ich das irre gerne geguckt. Ich fand es auch die erste Sendung, die ich irgendwie sympathisch fand, und wo es nicht so um diesen Stress ging und so, sondern wirklich ein bisschen mehr um die Musik. Aber genau, die gab es damals noch nicht. Und die Sendung, die es damals gab, das wäre für mich nicht in die Frage gekommen, da hinzugehen. Also plötzlich, also es rutschte. Der Anfang war verführerisch einfach, wenn man so will. Denn ich glaube, es gab einen Vorschuss von 30.000 Euro schon mal. Was heißt das denn eigentlich, wenn man als Band einen Vorschuss für 30.000 Euro bekommt? Musstet ihr das aufteilen untereinander? Oder hat jeder so viel bekommen? Naja, wir haben es so gemacht. Wir haben, also erst mal bis zu dem Punkt, waren einfach schon eine Reihe von Kosten irgendwie entstanden. Sowas wie, keine Ahnung, der Anwalt, der den Vertrag aushandelt, die Proberaum-Miete für manche Gigs, wenn man dann irgendwie sich einen Bus mieten musste oder sowas. Also es ist ja nicht so, dass für alles dann die Plattenfirma aufkommt, sondern wir hatten dann eine Reihe von Kosten. Und dann haben wir gesagt, einen ganz kleinen Teil zahlen wir uns weitgehend gleichermaßen selbst aus. Ein klein bisschen mehr habe ich mir genommen. Du hast die Songs beschrieben. Genau, aber nur ein ganz bisschen mehr genommen, weil ich irgendwie auch dachte, so wir ziehen das jetzt zusammen durch und wir wollen irgendwie alle Gas geben und alle machen Abstriche an anderen Stellen. Das ist interessant. Annette Humpe, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, bei ihr war es damals bei Ideal auch so. Sie hat die Songs geschrieben, getextet, komponiert. Und dann kommt eben der Punkt, wo du dir überlegen musst, okay, vier Leute, einer hat den Hauptteil der Arbeit gemacht. Also das ist wahrscheinlich für viele Bands so der Punkt, wo die erste Unzufriedenheit aufkeimt. Entweder die anderen fühlen sich unzufrieden, weil der eine mehr bekommt oder der eine, der die meiste Arbeit gemacht hat, fühlt sich irgendwann an einem Punkt unzufrieden, weil er das Gefühl hat, hey Leute, ganz ehrlich, boah, ihr wart schon wieder feiern, als ich die letzten Texte noch geschrieben habe. Keimt das irgendwann? Ist das irgendwann unweigerlich der Punkt? Was denkst du? Ich glaube, das ist etwas, worüber man sich sehr unterhalten muss. Also ich habe, wir haben schon irgendwie damals gesagt, so okay, also auch wenn ich einen Löwenanteil der Songs geschrieben habe, ist es irgendwie klar, dass wenn wir das alle durchziehen, dass halt alle auch ein bisschen an der GEMA beteiligt werden, weil wenn da was reinkommt, dann war das schon nur durch das Zutun aller möglich und dem muss man irgendwie auch ein bisschen Rechnung tragen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass man, weiß ich nicht so, ich hatte halt schon auch an einigen Stellen viel mehr Arbeit. Das ist ja, da kommen ja nochmal andere Aspekte dazu als Sänger, die ja auch wieder ambivalent sind. Du stehst halt viel mehr im Mittelpunkt, du wirst viel mehr angesprochen. Das kann der eine dir neiden, auf der anderen Seite kann man aber vielleicht auch froh drum sein, dass man weniger Stress irgendwie hat. Und ich erinnere mich irgendwie dran, wir haben irgendwann mal, waren wir mal ein bisschen unterwegs mit der Band Juli und als sie gerade auf ihrem totalen Hype waren und es war wahnsinnig nett mit denen und er hat auch gesagt, ja, wir können uns alle noch irgendwie frei bewegen und feiern gehen, wenn wir wollen, aber Eva kann halt irgendwie, wenn die irgendwo rausgeht, das funktioniert nicht. Ja klar, das ist für manche ist das die Triebfeder, die nämlich genau das wollen. Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen, die erkannt werden wollen. Ich habe nie begriffen, warum Robbie Williams beispielsweise unbedingt Amerika knacken wollte. Das war das einzige Land, in dem er noch eigentlich oder der einzige Kontinent, wo er einigermaßen unerkannt noch sicherlich rumlaufen konnte, weil dieser Typ überall auf der ganzen Welt erkannt wurde. Und das ist, ich glaube, da kann man nicht gesund bleiben, wenn dein ganzes Leben kontrolliert bleibt und dich jeder überall beobachtet. Ich meine, du hast einen Vorgeschmack davon bekommen, du bist ein attraktiver Mann. Ich kann mir vorstellen, dass du oft erkannt wurdest, dass es für dich, du bist ja noch nicht so der extrovertierte Typ, dass es für dich auch unangenehme Situationen gab, möglicherweise, weiß ich nicht. Ja, manchmal, wobei irgendwie, ich glaube, ich strahle es tendenziell schon eher aus, dass mich Leute entweder in Ruhe lassen oder so sehr respektvoll ankommen. Also meistens war das dann sehr vorsichtig. Und da muss ich mal zu sagen, es war bei mir ja auch nie so groß irgendwie, dass es so richtig, richtig schön war. Wenn du diese eine Brille auffahrst, dann erkennt man dich natürlich auch nicht. Aber ich bin ja nicht deine Styling-Beraterin. Gut, deine nächste Musik. Du hast Sefda Lisa mitgebracht, ohne dass ich weiß, was uns jetzt erwartet. Der Song heißt Soothsayer. Was, warum, woher? Ich war ein Riesen-Fan von Portishead Ende der 90er. Und irgendwie hat Sefda Lisa etwas, also sie ist ja iranisch-stämmig und das hört man, finde ich, auch, also diesen Einschlag, aber irgendwie hat das für mich auch was von einer moderneren, etwas futuristischeren Variante von Portishead. Du warst im Iran, ne? Ja, mit Schiller letztes Jahr, ja. Das war auch, ja, das war auch echt eine interessante Erfahrung. Also so auch zu merken, so wenn man da hinfährt und mit Leuten da begegnet, dass sie einem teilweise viel näher sind, als man eigentlich so denkt. Also es ist ja so ein sehr repressives Land eigentlich, aber die Leute darunter machen halt trotzdem irgendwie so ein bisschen ihr Ding und versuchen eigentlich teilweise ähnlich zu leben, wie wir hier, so wo es geht. Das ist mein Best, das ist mein Worst, It's nothing I promise. Don't you get lost When I am small You have my world The hero returns In the heart After she's blown How to hold Her side In bold heaven Wie ein Fremder Eine deutsche Popmusikgeschichte So heißt eine fünfteilige Langzeitstudie, Dokumentation, in der mein heutiger Gast Roland Mayer de Voltaire die Hauptrolle spielt, wenn man so will, aber er spielt nicht, er lebt einfach und er wird begleitet von einem Kameramann und Ayosha Pause, dem Regisseur, der daraus eben Sollte das ein Film werden und ist dann zu einer Serie geworden? Wie war das? Ja, also eigentlich wurde es schon relativ schnell klar, dass das in einem Film nicht erzählt ist. Also Ayosha ist überhaupt jemand, der sich nicht so gerne kurz fasst. Also ich glaube, der erste Film, den er gemacht hat, der ist irgendwie zweieinhalb Stunden lang geworden oder so. Du hast ihn kennengelernt, als du Filmmusik für ihn gemacht hast, glaube ich, oder? Kann ich mir vorstellen? Kennengelernt haben wir uns ursprünglich, als er ein Musikvideo für Voltaire gemacht hat, das für Kaputt und dann ungefähr drei, vier Jahre später meldete er sich dann, wie man meinte, hey, ich mache meinen ersten Film und könntest du dir vorstellen, dafür Musik zu machen und seitdem haben wir viele Male zusammengearbeitet. Diese Serie, diese Dokumentation können Sie sich noch bis Mitte Mai in der Dreisat Mediathek angucken und sie läuft auf Netflix. Gehen wir mal zurück in diesen Popstar-Moment. Ihr als Voltaire mit diesem Vorschuss und es gibt in der Dokumentation auch, wird gezeigt, euer erster Fernsehauftritt Sacha Kuttner moderiert das 2004, glaube ich, war das auf Viva und ihr habt wirklich abgeliefert und das tust du im Übrigen bis heute, das bescheinigen dir sehr erfolgreiche internationale Musiker, die sich tief beeindruckt zeigen von deiner Professionalität. Bist du jemand, der keinen Lampenfieber hat? Ich habe manchmal einen Moment, in dem ich nervös bin, aber irgendwie, wenn ich gut vorbereitet bin, dann pusht es mich eigentlich eher. Wenn ich nicht gut, manchmal gibt es selten Momente, in denen ist es aus irgendeinem Grund nicht möglich, dass ich mich nicht gut vorbereiten konnte, weil irgendwie viel los war oder so, dann ist es, dann ist es ein bisschen stressig, aber meistens tue ich alles dafür im Vorfeld und mache mir wahnsinnig viel Stress im Vorfeld, im Zweifel, um für den Moment, in dem es auf die Bühne rausgeht, einfach auch so ein bisschen schicksalsergebend zu sagen, okay, das, was es jetzt wird, das ist es jetzt irgendwie einfach und jetzt muss ich es geschehen lassen und hoffen, dass alles gut läuft. Als es anfing zu laufen, habt ihr tolle Konzerte gegeben, ihr wart super vor Bands, ihr hattet super vor Bands. Wieso platzte dieser Knoten nicht? Was ist es? Wem kann man die Schuld geben? Denn die Lieder, also nochmal, ich verweise an dieser Stelle bei den Menschen, die so ein minimales Interesse haben, vielleicht dann nochmal zu forschen, hören sie sich gerne die alten Voltaire Alben an, und zwei sind es. Da sind unglaublich gute, hervorragende Songs drauf. Sind wir schuld, als Hörerinnen und Hörer, als Konsumentinnen und Konsumenten? Also, natürlich habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, also, aber ich habe nicht, also, ich habe nie irgendwie wirklich in dem Sinne einen Schuldigen gesucht oder gefunden. So, bei der Plattenfirma war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, so, die haben uns sehr machen lassen und haben auch sehr daran geglaubt, weil irgendwie, als die EP rauskam und diese, und wir diesen Sacha-Kutten-Auftritt hatten, war das schnell ausverkauft und dann waren wir irgendwie so ein bisschen so, okay, wir verstehen das irgendwie nicht ganz, aber irgendwie funktioniert da was, wir lassen die mal machen. Und das wurde mir mehr oder minder später auch so gestanden, dass das so war. Dass ihr nicht richtig gelenkt wurdet, oder wie? Ja, und dass man auch nicht so richtig wusste eigentlich, so wie das mit uns funktioniert, sondern dass das irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwas klappt da, wir wissen auch nicht wie, aber dann sollen die mal weitermachen. Und das ist ja an für sich erstmal auch cool. So, also cooler als irgendwie, wenn man jetzt die ganze Zeit geführt und gelenkt und beeinflusst wird. Und das habe ich bei Universal damals nie so empfunden, muss ich schon sagen. dass aber natürlich so ein Laden halt auch relativ schnell dann irgendwann das reinbringen muss und sie da für uns noch, finde ich, relativ lange, die treu gehalten haben mit irgendwie, ich weiß nicht, es waren ja irgendwie zwei, drei Jahre oder so, in denen wir irgendwie keine schwarzen Zahlen geschrieben haben. Das, also habe ich empfunden als, also von denen aus, das was sie halt machen konnten. Ob das jetzt im Nachhinein schlauer gewesen wäre, zu einem anderen Label zu gehen, was irgendwie kleinteiliger gearbeitet hätte, mit weniger Budget, aber dafür langanhaltender oder so, das kann alles sein. Aber ich glaube schon so, ich hatte schon das Gefühl, in dem Rahmen, was sie damals für Möglichkeiten hatten, haben die irgendwie alles gemacht und ich habe denen auch irgendwie nie was vorgeworfen. Und ansonsten, wo du gerade Annette Humper erwähnt hast, mit der hatte ich irgendwann mal ein Gespräch, da hatte sie mich zu sich eingeladen und die hatte mir so ein bisschen einen Einlauf verpasst. Sie hat dir einen Einlauf verpasst? Ja. Weil sie halt meinte so, ja, ich finde deine, ich mag deine Stimme total, ich finde deine Musik ganz toll und auch, wie du die Sachen arrangierst und so, aber deine Texte, deine Texte, ich habe das Gefühl, so du willst, also sinngemäß war das irgendwie so, ich habe das Gefühl, du willst dich damit irgendwie einfach nur abgrenzen und ich möchte irgendwie mit Menschen, ich möchte Menschen irgendwie was Hoffnung schenken oder ihnen was geben und ich möchte ihnen was mitgeben, ein gutes Gefühl für den Tag oder irgendwie so und wenn du dich jetzt irgendwie nur davon, wenn es dir darum geht, dich irgendwie abzugrenzen, dann ist das für mich nicht interessant so. Ich verstehe, also sie ist ja sehr erfolgreich auch als Textschreiberin und was sie macht ist, ja, sie greift auf die Erfahrungen aus dem Leben zurück, aber ich habe und ich würde auch sagen, dass sie eigentlich eine sehr gute Menschenkenntnis hat. Bei dir hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das Attitüde ist, dieses Abgrenzen wollen, aber ich kenne dich natürlich auch jetzt erst diese anderthalb, zwei Stunden, die wir miteinander verbringen und aus dieser Dokumentation. Naja, das war ein Missverständnis auf der einen Seite, weil ich selber, also mich hat das so getroffen, weil ich wollte das nie, also ich wollte mich nie abgrenzen und ich bin auch kein Fan von Szenen und ich wollte nie irgendwie von bestimmten Leuten toll gefunden werden oder so, sondern ich wollte mich Menschen mitteilen und mit Menschen verbinden und ich habe einfach nach dem möglichst persönlichen Weg gesucht und dadurch sind diese Texte bei rausgekommen. Dann muss es einen doppelt killen, wenn jemand, der es eigentlich besser wissen müsste und das hat sie mit Sicherheit nicht böse gemeint. Nein. Aber sie hat das dann eben anders interpretiert. Vielleicht war sie auch von der Wucht einfach erschlagen, weil normalerweise schreibt sieben Menschen intensive Texte auf den Leib. So hast du es gemacht. Also ich, mich hat das, das habe ich dir auch schon gesagt im Vorfeld, an manchen Stellen an Jochen Distelmeier erinnert, der einfach eine unglaubliche Tiefe in deutsche Texte gebracht hat. Also der hat mir zumindest geholfen in einer Zeit, als deutsche Musik noch oft irgendwie ein paar Sachen hatte, die mir nicht gefielen und da ist durch Blumenfeld was ganz Bestimmtes mir bewusst geworden oder hat angeklungen. Ich weiß aber auch, dass du dein, du warst zwischendurch, hast du eine Therapie gemacht und hast deinem Therapeuten irgendwann mal das erste Album in die Hand gedrückt und hast sowas sinngemäß, also du hast es zumindest gesagt in einem der Episoden, hier, wenn sie wissen wollen, wie es mir geht, wie ich denke, wie ich fühle, dann hören sie sich dieses Album an. Ja, weil ich irgendwie zu der Zeit, als das Album fertig war und habe ich irgendwie, ja, ich habe diese ganze, dieses ganze Zerrissenheit und Unsicherheit, die ich irgendwie in mir hatte, habe ich in diesen Texten irgendwie auch verarbeitet und dann war das auch, irgendwie ein ganz guter Spiegel davon. Schwarz. Schwarz ist das Projekt, das Musikprojekt oder soll ich es, soll ich es Band nennen oder wie nennst du es? Ja, das Wort Projekt klingt halt immer so ein bisschen wie irgendwas Zwischenmäßiges oder was man neben 20 anderen Sachen macht, das ist schon mein Ding, aber eine Band ist es auch nicht, weil es ist mein, ich mache es alleine beziehungsweise immer mal wieder mit Hilfe von anderen Leuten zusammen, aber es ist halt mein Ding. Seit 2016, es gibt jetzt so einen Sprung, es gibt gewisse Lücken, die wir aus Zeitgründen allein schon jetzt nicht alle nacherzählen können, aber dazu gibt es ja diese Dokumentation, die Sie sich anschauen können. Schwarz machst du seit 2016 und wir hören jetzt was und warum? Ja, ich habe ja mit Schwarz ein Album schon rausgebracht und irgendwie hatte mich da... 2019 und 2020 nochmal eine Complete, oder wie kann man die unterscheiden, die beiden Eilen? Ja, also es gab halt, es war ein bisschen so, dass wir eine ziemlich lange Zeit hatten, in der wir so einzelne Songs veröffentlicht haben. Wer ist wie? Mein Label und ich. Achso, entschuldige. Also mein Team und irgendwann kam dann das Album raus und dann sind noch ein paar Dinge passiert, noch eine Zusammenarbeit mit Schiller, noch eine Zusammenarbeit mit You Not Us und irgendwie haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir irgendwie diese Sachen noch und dann gab es auch noch ein paar Singles davor, wie Home und In Your Eyes, die wir jetzt nicht auf dem Album drauf hatten und irgendwie hat sich das richtig angefühlt, dann zu sagen, komm, wir nehmen das nochmal alles zusammen, diese ganzen Jahre und tun das auf ein Album drauf und das mündete dann in Complete White Room, was letztes Jahr rauskam. Das habe ich dann auch noch betouren dürfen, unmittelbar, bevor das nicht mehr ging. Corona, Corona. Da war ich sehr, sehr dankbar für und es kam insofern, insofern in Anführungsstrichen, für mich ganz glücklich, als dass ich eh vorhatte, mich zurückzuziehen und erstmal wieder neue Stücke zu schreiben. Auf jeden Fall können wir ja, also wir hören das gleich, wir verlosen auch, du bist so großzügig, du hast ganz tolle Pakete hier mitgebracht, zwei wirklich umfassende Pakete. Wir überlegen uns jetzt während der Song läuft eine clevere Frage, die nicht ganz so einfach ist. Auf Home möchte ich auch noch kurz verweisen. Also wenn diese Sendung hier um ist oder wenn dieser Podcast zu Ende gehört wurde, dann bitte tun Sie mir doch den Gefallen und gehen auf YouTube, geben Sie ein Home und Roland Meide-Voltaire. Das ist ein unglaublich guter Song mit einem schönen Video. Und dieses Video ist ja geklappt aus einem Film, aus einem Longplayer, ne? Genau, das war eine Idee von, tatsächlich von Steffen damals, von meinem Manager. Der hatte einen Freund, der hat in einer mühsamsten Arbeit, ich glaube, es war ein Abschlussarbeitsfilm für ihn von seinem Filmstudium, eine, ein halbes Jahr lang, glaube ich, irgendwie eine Familie in den Townships um Johannesburg begleitet und zwar um die WM 2012 war das, glaube ich, damals in Südafrika oder wann? Oder elf? Ich komme, weiß nicht mehr, auf jeden Fall in der Zeit war das. Und da ist ein sehr intimes und sehr berührendes und auch sehr zartes Porträt irgendwie daraus entstanden, was eben diese Familie zeigt, die irgendwie in sehr einfachen Bedingungen lebt, aber sehr stark im Zusammenhalt und in ihren inneren Haltungen auch zueinander ist. Und der Song passt, als wäre er dafür geschenkt. Also das ist so synergetisch, dass man so denkt, das muss sich gegenseitig gekannt haben, als es entstand. Ja, also irgendwie die Idee kam dann, irgendwie das zusammenzubringen und das hat dann tatsächlich auch der Regisseur des Films selber geschnitten. Und ja, ich bin auch sehr stolz auf das Ergebnis. Wir hören jetzt Sunscreen schwarz. Soundtrack. Soundtrack. Und dr Capitol. Soundtrack. 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 Downtrack. Fitzgerald hatten On the pole, how they disappear A cat dressed as a shark A man gets shot like a spark A question's popping up Baby, how do you do Guess your government Really does hate you Mensch, ich hab ganz vergessen. Hörbar at radio1.de Wenn Sie uns schreiben möchten. Darüber freuen wir uns natürlich. Roland Mayer de Voltaire ist heute hier zu Gast. Und jetzt in unserem letzten Gesprächspart gilt es so viel unterzubringen, dass ich ein bisschen nervös bin. Also, womit fangen wir an? Dann haben wir das erste Mal mit einem Zitat. Fang mal an. Oh Gott, die Doku fängt so traurig an. Sehe ich gerade hier in meinen Unterlagen, dass du das Klavier verpfändet hast und sagst, da hinten in dieser Schublade sind noch 250 Euro notfalls für die Miete. Oh Gott, wie schrecklich. Aber du bist so tapfer gewesen. So, und dann hört man mitten in dieser Doku, sagst du einmal, und das ist wirklich ein schöner Gedanke. Also, wenn man es nicht schafft, Kontrolle abzugeben, kommt man nie an den Punkt, dass irgendetwas über sich hinauswächst. Sondern man hält es immer nur gerade so groß, wie es der eigene Kopf zu denken oder zu machen vermag. Das müssen wir uns alle irgendwie mal hinter die Ohren schreiben. Weil man natürlich, und gerade als Künstlerin und Künstler könnte ich mir vorstellen, versucht, die Dinge einigermaßen im Griff zu haben. Das geht mal ganz gut und mal nicht so gut. Und du hast alle Seiten davon erlebt. Ihr wurdet unglaublich gefeiert. Der Rolling Stone schrieb begeistert, neben den Arctic Monkeys, seid ihr die schönste Aussicht auf das Jahr? Auf welches Jahr? Das ist unsere Preisfrage. Also, der Rolling Stone schrieb, die Arctic Monkeys und ihr, ihr seid das Beste, was im nächsten Jahr passieren kann. Auf welches Jahr bezog sich der Rolling Stone? Schreiben Sie uns die richtige Antwort als E-Mail einhörbar-at-radio1.de und es gibt Folgendes zu gewinnen. Okay. Ich muss gucken, ob ich es zusammenkriege. Also, einmal die Blu-ray von der Doku Wie ein Fremder mit Bonusmaterial, was es irgendwie auch sonst nirgendwo zu sehen gibt. Dann das Album The Complete Red Room von mir, von Schwarz, von letztem Jahr als CD. Und als Vinyl jeweils die Seven Inch von In Your Eyes und die Live-EP als große Vinyl at Elisabeth Kirche. At Elisabeth Kirche. Ach, das ist das, wo es so kalt war beim Videodreh. Ja, es war sehr kalt. Ja, toll. Aber die Aufnahmen sind schön geworden. Ja, also wirklich wie großzügig. Zwei Pakete gibt es davon. Also, alles, was du gerade aufgezählt hast, mal zwei. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die da richtig scharf drauf sind. Hörbar at radioeins.de lautet die E-Mail-Adresse, um unsere Frage zu beantworten. Und es gibt noch, Gott sei Dank, du hast das eben gerade so schüchtern gefragt, ob wir das benennen können. Natürlich, das ist jetzt der richtige Moment, um für dein neues Album zu werben. Und zwar machst du das als Crowdfunding-Projekt. Genau, geht jetzt voraussichtlich jetzt online in den nächsten Tagen auf Startnext unter Roland Mayer-de-Voltaire, beziehungsweise Schwarz müsste man das finden. Geht bis Anfang August. Heißt das irgendwie, oder muss man deinen Namen eingeben? Weil ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht Roland Mayer-de-Voltaire sich nicht sofort merken. Ja, ich habe ein bisschen hin und her überlegt. Mir hat auch irgendwie jemand, ich habe eine befreundete Managerin gefragt, die meinte, ja, überleg dir gut, wie du die Kampagne oben nennst, weil so auch die Domain oben, das ist das, wo die Leute es am ehesten noch finden und googeln werden. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, Schwarz ist wirklich ganz ungünstig. Ja. Und das Album wird Red Pill heißen. Das ist auch mittelgünstig. Aber Red Pill kann man doch sicherlich, das findet man, oder? Ich glaube aber trotzdem, wenn man es auch nochmal sagt, Roland Mayer-de-Voltaire. Roland Mayer-de-Voltaire ist so komisch, das merken sich die Leute ganz oft. Sie denken vielleicht manchmal Robert Mayer-de-Voltaire. Aber du könntest dich auch Rom de Voltaire nennen. Rom de Voltaire. Rom de Voltaire finde ich eigentlich ganz schön. Ich denke mal drüber nach. Ja, denke mal drüber nach. So, und wie kann man dich dann unterstützen? Ach, ich habe mir… Wie heißt diese Seite? Sag nochmal, wo? Auf Startnext. Auf Startnext ist das. Und ich habe mir eine Reihe von Sachen überlegt. Zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, ein Dreiviertelstunden-Online-Konzert, beziehungsweise auch, wenn man, weiß ich nicht, ich mache ja auch verschiedene Sachen. Ich mache Produktion, ich mache Filmmusik. Ich bin Sänger, wenn man in irgendeiner Form Tipps, Coaching oder so von mir haben möchte, biete ich das da an. Ja, Moment, wie bescheiden. Hallo, du bist Dozent, du bist Coach für… Ja, sag mal, dass ich das nicht genannt habe. Das ist sträflich, dass das jetzt hier so nebenbei rauskommt. Du hast an der Pop-Akademie in Mannheim unterrichtet, als Dozent. Bei einem Sommercamp, ja. Naja, trotzdem. Und bei diesem Sommercamp, da kam nämlich auch zum zweiten Mal diese Situation heraus, dass alle miteinander saßen, alle Studenten und irgendjemand sagte, dann geh doch mal nach vorne auf die Bühne und sing was. Und du so, okay. Und allen hat es den Atem verschlagen, weil du da vorne performt hast, als gäbe es kein Morgen. Also, man kann dich als Songwriter-Coach buchen. Du schreibst sehr erfolgreich und sehr gut für andere, obwohl ich natürlich mir vorstellen kann, dass du am liebsten Songs für dich schreibst. Wie ist das? Ach, ich finde eigentlich alles in der Mischung irgendwie ganz schön. Also, ich schreibe natürlich sehr gerne für mich, aber ich mache auch dann gerne mal Filmmusik oder schreibe mal für jemand anders, um auch mal ein bisschen so den Fokus von mir selber auch wegzunehmen, weil ich das… Manchmal ist ja dieses um sich selbst kreisen auch irgendwann mal… Kann man davon auch mal eine kleine Pause brauchen. Also, das heißt, man kann dich unterstützen durch, ganz klar durch Geld spenden, aber wenn wer das nicht kann, nicht will oder eine Gegenleistung braucht, der kann dich für verschiedene Sachen buchen, für kurze Konzerte. Du könntest was mit einsehen. Man kann sich auch wahrscheinlich einfach mit dir in Verbindung setzen, nicht über Instagram leider. Wobei ich für Instagram im Moment eine Lanze brechen möchte, denn ich habe über die Insta-Seite von Titel, Thesen, Temperamente, bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden und auf die Doku. Und ich möchte Ihnen und euch diese Seite von Titel, Thesen, Temperamente mal ans Herz legen, weil die immer sehr, sehr gute Themen haben und sehr gute Filme, die hungrig machen. Und dann kommt am Ende sowas dabei heraus. Bei Titel, Thesen, Temperamente war ich, weil… Ja, interessant. Weil ich bin ja auf Instagram, die haben mich irgendwie nicht getaggt. Also, es müsste jetzt… Also, ich darf nicht, dass ich das verwechsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da zum ersten Mal… Bist du jetzt doch auf Insta? Ich bin auf Instagram, ja. Listen to Schwarz heißt das. Ach so, na, wie soll man das denn wissen? Listen to Schwarz. Gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. Immerhin kann man dich da jetzt finden. Und haben wir was vergessen? Ja, also es gibt noch ein paar andere Sachen, sowas wie Tickets für zukünftige Konzerte oder natürlich auch das Album als CD oder Vinyl vorgestellt und noch ein paar andere Sachen, die ich mir überlegt habe. Genau, kann man sich ja mal durchgucken. Und ich werde bestimmt auch noch mal ein paar Sachen reinstellen über die Zeit. Okay. Und falls Sie dann doch irgendwie die Erinnerung an Roland Mayer-de-Voltaire und den Namen verlieren oder vergessen, schreiben Sie an hörbar-at-radio1.de und wir leiten das dann natürlich sehr, sehr gerne weiter. So. Letzter Song kommt von Elif. Alles ist helal. Ja, alles helal. Alles helal. Wie bist du auf Elif gekommen? Elif und ich, wir sind uns über die Songwriterin und Freundin von mir, Michelle Lennart, die auch in der Doku mal vorkommt, schon vor weit über zehn Jahren begegnet. Und wir haben auch öftermals zusammengearbeitet, ist am Ende aber nie dazu gekommen, dass sie einen der Songs, die wir jetzt zusammengeschrieben haben, verwendet hat. Aber ich finde sie halt einfach Wahnsinn, weil sie macht so ihr ganz eigenes Ding und überrascht auch immer wieder und gerade der Song, der ist jetzt, ich glaube von ihrem Album von jetzt zum letzten Jahr, der hat mich echt ein bisschen umgehauen, auch wegen dieses wahnsinnig mutigen Statements, für das sie auch echt, wenn man sich das auf YouTube anguckt, gar nicht so wenig Gegenwind bekommt. Boah, das ist auch manchmal echt eine starke, starke Frau. Ja, gut, also Elif, an dieser Stelle unbekannterweise, herzliche Grüße und ich danke dir. Es hat mir wirklich großes Vergnügen bereitet. Ich war zuerst, da habe ich so gedacht, okay, da gucke ich mir jetzt diese Doku an den Vorbereitungen, da habe ich gedacht, fünf Teile, wow, okay. Und dann tatsächlich, wenn man so verwöhnt ist von amerikanischen Reality-TV-Dokus und so, wo alle möglichen Reize getriggert werden und das ist halt wirklich eine solide, gute, ruhig gemachte Begleitung deines Lebens und wirklich ein gutes Lehrstück für all diejenigen, die die Musikbranche vielleicht ein bisschen idealisieren, romantisieren. Unterm Strich, weiß ich nicht, du hast so viele tolle Songs geschrieben, wer weiß. Wartest du auf, ist das noch so, wartest du noch auf sowas wie diesen großen Knall oder könntest du dich damit anfreunden, wenn es auf dem Niveau, auf dem es jetzt ist, weitergeht, mal abgesehen davon, dass Corona aufhört und du wieder Konzerte geben kannst? Ach, also auf den großen Knall warte ich nicht. Ich habe einfach total Lust, weiterzumachen und ich freue mich auf alles, was irgendwie kommt und auch jetzt irgendwie zu merken, dass so immer mal wieder nach und nach neue Leute auf mich aufmerksam werden und das irgendwie wertschätzen, was ich mache. Und solange das irgendwie so bleibt, ist es für mich schön. Okay, vielen Dank für deinen Besuch, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Und wir hören uns nächste Woche mit Jan Delay. Ich trinke Wodka, Tonic und bete nachts, tanze auf dem Tresen manchmal und dann hebe ich ab. Ich will vom Himmel träumen, mit meinem Freund nackt im Bett und das am liebsten jeden Tag. Baba, deine Tochter lebt in Sünde und hat dafür gute Gründe. Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba. Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba. Ich muss wissen, wie das Leben schmeckt, probiere jeden Dreck. Sag nicht, ich schmeiß mein Leben weg. Ich weiß genau, ich mach auch nicht alles richtig. Doch ich glaube, das ist wichtig. Oh, yeah, was ist noch erlaubt? Jeder glaubt, was er glaubt und ich glaub, alles ist in all, alles ist in all. Alles ist in all, alles ist in all.